Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von mit dem Nils. In diesem Video gibt es eine kleine weitere Information zu meinem Kanal. Ihr wisst ja, jeden Freitag kommt ein Video. Ich mache jetzt nur noch alle zwei Wochen, also jeden zweiten Freitag nur noch ein Video, weil jeden Freitag so anstrengend ist. Ja, wen es nicht reicht, der kann auf meinem anderen Kanal. Simulationen sind was schönes vorbeigucken. Da kommt regelmäßig ein Video. Wann und wie, sage ich jetzt nicht. Das weiß ich noch nicht, aber da genau Videos kommen über irgendeine Simulation, die ich gerade spiele, also Bus-Simulator, Bahn-Simulator und sowas halt, kommt auf dem Kanal. Simulationen sind was schönes. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich sage Dankeschön. Tschüss, auf Wiedersehen. Euer Nils. Bis dann. Jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020